hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge stadio valley es ist der 20. ein schöner samstag schauen wir mal oh meine kacke ist fertig nein stimmt das man kriegt ja per post wegen der mod voll vergessen geilo ein bier ist fertig bei den anderen schmarrn schmeißen wir mal da rein war ich alles nicht das kommt wieder dahin noch einen tag ist der ganze blumenkohl fertig und dann können wir auch nichts mehr großartig anpflanzen bleiben nur noch acht tage beziehungsweise sieben was haben wir hier schön mais 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 nicht essen man ist nicht das was man selbst angebaut hat macht man nicht doch quatsch sagen die drogenleute immer man konsumiert nicht seinen eigenen schrott ja dann im allgemeinen keine drogen fertig wie sie wobei mittlerweile darf man glaube ich drei pflanzen haben oder ihre huner pflanzen glaube ich aber es ist mir so egal ich auch so nicht mir mich juckt das nicht mehr so scheißegal auch dass ihr wollt so sehr immer da oben das Zeug, wird alles verkauft, alles wird verkauft. Einfach weg damit, weg, 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 weg. Muss da durch. Ich hab echt den Stall woanders hinbauen sollen. Ich glaube, ich verschiebe den nochmal, aber es kostet dann wieder Geld. Es kostet doch alles Geld. Ah. Da unten auch noch. So. Plätze, ich brauch dich. Bitte. Danke. Okay, so. Dann hauen wir doch mal den ganzen Spaß weg. Warte mal, ich würde gerne ein von dem Zeug da mal da reinschmeißen. Gucken, was wir dann bekommen. Was kommt da raus? Da unten auch noch. Überall. Achso, das ist dasselbe. Upsala, das hab ich voll vergessen. Da hab ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass da noch eins ist. Joa. Ähm, wie viel Barren hab ich noch? Weil wenn ich jetzt schon hier alles mögliche auf Iridium hochballer, kann ich doch eigentlich gleich mehr machen. Ups. zum Beispiel die Axt oder die Hacke. Erstmal tun wir das da rein. Hab ich ja noch genug. Dann machen wir die anderen auch gleich. Auch gleich, auch gleich. Komm, ich nehm das jetzt einfach mit. Das geben wir ab. Scheiß drauf. Aha. Ich glaub ich hatte die Samen von denen verkauft, oder? Außer das von Lucky. Einfach noch die Gießkanne drin, ey. Da ist schon wieder Kiwi. Geht Kiwi. Tschüss Kiwi. Ah, der gute Samstag. Ich weiß nicht mehr, wann arbeitet denn der nicht? War das Samstag? War das Sonntag? Dienstag? Ich glaub das war Dienstag. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub hier kommt ein Kino rein. Das weiß ich auch nicht mehr. Alles schon zu lang her gewesen, ey. So, zack. Rein damit. Boom. Da fahr ich immer noch nur eins. Wut's? Ja, der Silber in der Weine. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert mit dem Wein, ne? Das war auf jeden Fall lange. Das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, wie... Ich hab ja keine Ahnung, wann ich den Wein da rein hab. Ich hab's vergessen. So, moin. Clint. Ich würd gern... ...die Spitzhacke verbessern. Beim nächsten Mal machen wir dann die Axt. Am dem... Da-dam, 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 da-dam. Dum-dum, da-dam, 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 da-dam. Jetzt gehen wir noch mal kurz zu meiner Freundin, wie immer. Wenn sie da ist, wenn nicht, müssen wir wahrscheinlich zurücklaufen. Es sind mich schon zehn und die ist noch nicht draußen. Das ist schlecht. Ah doch, da ist sie. Hoi. Hey du, ich möchte jeden Tag mit dir reden. Ja, deswegen komm ich jeden Tag vorbei. Klang das so anhänglich? Nö. Komm, amst du viel, sehr rötet. Schön, bis dann. Tschüss. Komm immer wieder vorbei, jeden Tag. Das habe ich mir gemerkt. Ja, ja. Deswegen kommen wir jeden Tag vorbei. Oder zumindest reden wir jeden Tag. Auch wenn sie vielleicht mal woanders ist und nicht da. Ah, da ist auch noch was. Ne, mit brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir echt viel Geld. Oh, scheiße, es ist hier. Ich muss hier vorbei. Ich muss hier vorbei. Lass mich vorbei. Hey, ich brauche mehr Geld. Das ist wirklich schlimm, weil wir brauchen mehr Geld. Das große Stück hier ist einfach zu wenig. Bringt einfach viel zu wenig. Viel zu wenig. So, pennen wir wieder. Ich bin ganz ehrlich, die Tiere irgendwie nerven die mich, dass ich da jeden Tag immer hinlaufen muss. Auch jemand, der sich um die Tiere kümmert. Ich habe keinen Bock, mich um die Tiere zu kümmern. Ich bin so jemand, ich will die Pflanzen machen. So, nur die Pflanzen, die Tiere jucken mich nicht. 21. Yeah. So, guten Morgen, was geht? Es ist ein Platzregen, Leute. Es gibt ein neues Rezept. Volles Frühstück. Haben wir das nicht schon? König der Soßen. Oh yeah. Volle Frühstück. Blah, du hast gelernt, wie du volles Frühstück machst. Nice. Okay. Ich glaube, das war ja was. Wenn es angezeigt wird, dann habe ich es tatsächlich noch nicht. Huch. Hallo Florian, ich wollte vorbeikommen und dir sagen, dass morgen Gemeinschaftstag ist. Die ganze Stadt trifft sich gegen 13 Uhr im Gemeinschaftszentrum. Es wäre eine Freude, wenn du teilnehmen würdest. Okay. Noch was. Ab sofort wird es Treffen im Gemeinschaftszentrum am 22. Jeden Jahreszeiten geben. Boah, crazy. So, was haben wir da? Mitteilung, Pierre hier. Ich möchte gerade wirklich, wirklich einen Teller Sashimi. Ich werde gutes Geld an die Personen bezahlen, die mir einen beibringt. Äh, äh, vorbeibringt. Alter, wieder kein riesiger. Das ist ein Joke, Mann. Was soll das? So kriegen wir keine großen mehr. Es war mindestens ein großer immer dabei, wenn es so riesig ist. So Riesenfelder. Oh, die Erdbeeren sind auch ready. Dann alle vier Tage. Ich glaube, die Erdbeeren behalte ich. Zumindest ein paar. Und mir eh ein paar. Crazy. Es wird gut Geld geben, ey. Leute, gutes Geld, gutes Geld. Alter, wenn heute der Typ nicht da ist. Und ich so viel den Antrag nicht machen kann. Ich flipp aus. Ich schwöre, es gibt Tode. Es wird Tode geben. Das verspreche ich. Was brauche ich denn dann hier noch an? Irgendwas muss ich doch anbauen können. Es wird auf jeden Fall gut Geld geben. Oh, Gewitter. So, weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Und die anderen, die hebe ich auf. Die mache ich zu Samen, weil die sind gut Geld wert. Depp, depp, ein Honig ist ready. So, dann schauen wir nochmal hier rein. So, nochmal ein bisschen was. Einen Tag noch. Ah, schön. So, dann haben wir das. Vielleicht könnte ich die Samenmaschine auch da reinballern. Dann muss ich nicht immer hin und her laufen. So, dann schmeißen wir doch mal rein. Hier, Erdbeeren. Sternfrucht, urhalte Saat. Nehmen wir mit. Werden auch angebaut. So, das heißt. Das kommt mal da runter. Sternfrucht, so. Wachst und gedeiht. Meine kleinen Tiere sind heute natürlich drin. Hallöchen, ich komme mal kurz vorbei. Hallöchen, 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 Hallöchen. Tschüss. Fuck. So, dann schauen wir nochmal da rein. Guten Tag, hallo. Einmal alle antatschen, auf den Arsch hauen. Und so. Kein Problem. Mach ich doch hier. Was haben wir hier noch drin? Ach, Mann. Milch. Was bringt eigentlich Ritio-Milch? 380. 380. Ja, es ist sauer. Denkt ja gar nichts, ey. Viel zu wenig. Plätze, komm los. Musst uns schnell Zeug verkaufen, dann direkt am Strand und hoffen, dass unser guter Verkäufer da ist. Ansonsten flippe ich aus. Ansonsten flippe ich aus. Gute Verkäufer, ey. Wehe, der ist nicht da. Wenn der nicht da ist, Rage quitte. Ich schwör's euch, ey. Ich flipp aus, Mann. Es kann nicht sein, dass der nie kommt. Der muss da sein. Der muss es einfach. Ich schwör, ey. Ich färd Halk, Mann. Ich färd großgrün und muskulös und raster komplett aus. Sei da. Sei da. Sei da. Er ist da. Endlich. Du dummer Wichser. Alter, ich kann es in deinen Augen sehen. Es gibt da jemand Besonderen in deinem Herzen. Was für ein Zufall, dass ich gerade einen Mehrjungen von der Mulette verkaufe. Gib das, du weißt schon wem. Und übermittel so deine Gefühle. Her damit. Nice. Endlich, Leute. Wir haben's geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben den Scheiß endlich. Das heißt, wir können endlich heiraten. Es ist soweit. Es ist endlich soweit. An einem regnerischen Tag. Bevor sie irgendwo hingeht. Komm ich vorbei. Warte. Wir sollten Bauernhandelsgeheimnisse austauschen. Es gibt einige spezielle Zutaten, die ich verwende, um den Marktwein des Blumen und Weinguts herzustellen. Ich werde alles vorbereiten. Wir halten die Zutaten in drei Tagen ab. Okay. 24. Dies ist der Anfang von etwas Wunderbarem. Jawohl. Jetzt ist es vorbei. Jetzt kann ich. Jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich es gemacht. Ich bin nun... Ich muss weglaufen. Ich werde rot. In drei Tagen. Das heißt... Äh... Am 24. Ist unser Jahrestag. Frühling der 24. Das ist crazy. Cool. Ich kann pennen gehen. Hoppala. Wann ist das fertig? In einem Tag. Ah ne, Quatsch. Wir können nicht pennen gehen. Wir müssen einkaufen. Fuck. Stimmt. Es sind ja noch sieben Tage übrig. Warte mal. Ja. Alter Schwede, ey. Wie das hier voll ist. Gemeinschaftstag. Buchhandel. Elias Geburtstag. Geburtstag. Der Blumentanz ist da. Och shit. Okay. Ach, deswegen wurde es jetzt verschoben. Bei 1, 2, 3. Okay. 25. Da ist, äh... Krass, Alter. Genau hier, wo keine Saugeburtstag hat oder so. Dumm Wichser, Mann. Wenn alle kommen. Ihr habt keine Ausreden. Wer bist denn du? Ach, der Sterling arbeitet hier. Ah ja, Leute. Ich glaube, das habe ich schon wieder vergessen. Vier Tage. Zehn. Zwölf. Sechs. 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 Sieben. Vier. Acht. Hm. Die Sachen, die ich ihm verkauft habe. Handspiegel. Glaubst du dir dann aussehen, in einem lebhaft verwandeln? Oh ja, stimmt. Den will ich haben. Kann man immer sein Aussehen ändern. Äh, scheiße. Äh, was nehme ich denn? Es sind noch sieben Tage. Das bedeutet, effektiv, dass ein Tag abge... Ein oder zwei Tage werden abgezogen. Wegen, äh, wegen meinem Skill-Level. Kann ich einmal... Eigentlich alles... Erntewert 88. 133. 121. Sechs Tage. Ja, nehmen wir Grünkohl. Scheiße, ich... Das wäre jetzt gut gewesen, wenn ich wüsste, wie viel ich geendet habe von dem anderen Scheiß, ne? Ich nehme jetzt einfach mal 300 mit. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Oder wahrscheinlich wird es eher zu wenig sein. Es wird wohl eher zu wenig sein. Ja, ja. Geil, endlich Hochzeit, Mann! Leute, endlich! Fünf Tage. Geil, locker. Mit dem Traktor wird es halt auch deutlich schneller, ne? Ich muss den mir endlich holen, ey. Ich glaube, jetzt einfach so rum. Bam, 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 bam! Samen, Samen, Samen! Ich glaube, ich habe echt zu viele... Ich glaube, ich habe zu viele gekauft. Das macht nichts. Da unten ist auch noch Platz. Weil vielleicht auch zu wenige. Das weiß man aber immer erst kurz bevor, ne? Okay, ich glaube, das geht gut auf. Ja, nice. Ist ja ganz entspannt. So, was macht jetzt das Ding? Genau, da kann man Frisur und so ändern. Oder auch nicht. Oh! Ja, aber was machen wir nicht jetzt? So, wir gehen jetzt erst mal pennen. Boop. So, also dann auf... Auf gute Nacht und so. Boah, Alter, guckt das euch an, ey. 2,8... 72.000. 73.000. Nice. Erstmal wieder fett Geld gemacht. Ich würde sagen, das war's noch mit der Folge. Deswegen bist du beim nächsten Mal, Gorn-Tanamo. Tschüssi.